Hallo und willkommen bei den Spieldieners mit Melanie und Angelo und Fairy Trails von Uwe Rosenberg. Das Ganze ist bei Huch erschienen, ist ein Zwei-Personen-Spiel unter acht Jahren und beachtet, Maddy hat heute passende Farbe zum Hintergrund gewählt. Jawohl und zwar schlüpfen wir entweder in die Rolle von Zwerge oder Elfen, daher passt Grün eigentlich gar nicht dazu, aber egal und wir versuchen hier unsere Wegenetze zu schließen und somit unsere Behausungen bewohnbar zu machen und wer das als erstes geschafft hat, vielmehr all seine Chip ausgegeben oder abgelegt hat, der gewinnt die Runde Fairy Trails und wie das jetzt funktioniert, erklärt euch Angelo in den Regeln. So, hier habt ihr eigentlich Fairy Trails schon komplett aufgebaut, es gibt eine Startkarte im Spiel, das ist diese hier. Aus den übrigen Karten bilden wir einen Nachziehstapel, jeder Spieler sucht sich eine Spielerfarbe aus, Maddy ist hier die Zwergenfraktion und ich habe mich für die Lila für die Elfen entschieden. Jeder Spieler bekommt jetzt gleich noch zwei Handkarten und das seht ihr darauf, einmal die Wege der Elfen, das sind die lilanen und einmal die Wege der Zwerge, das sind die gelben. Es gibt Hütten für die Elfen und es gibt natürlich Hütten für die Zwerge und Ziel des Spiels ist es, diese Wege zu schließen und dafür gibt es hier diese Enden auf den Wegen, ihr seht schon, das sind alles Enden, mit denen ich Wege schließen könnte. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich mit Melli in einer Beispielrunde und jedes Mal, wenn ich so einen Weg schließe, darf ich auf eine oder mehrere dieser Hütten meine Marker legen. Hat ein Spieler, keine dieser Marker, ist das Spiel auch vorbei und der Spieler hat gewonnen. Das heißt, ich werde meinen Chip zurücknehmen oder mein, ja ich würde sagen, es sind Chips. Die beiden Karten mische ich einfach hier unten rein, ich nehme jetzt mal eine neue, damit Melli sieht, was ich habe. Wir drehen das Ganze um, das ist jetzt unsere Startkarte und jeder Spieler legt jetzt nach und nach eine seiner Karten ab. Ich mache jetzt einfach mal den Anfang und zeige euch gleich ein mega Beispiel. Ich habe diesen Weg sofort geschlossen, das heißt, ich darf einen meiner Chips hier drauflegen, ich ziehe eine Karte nach, ich habe also wieder zwei, Melli ist dran. Ich lege jetzt einfach mal meine Karte hier hin, somit mache ich meinen Weg weiter, aber gebe natürlich dem Elfenhäuptling hier eine weitere Hütte, um vielleicht was zu schließen. Genau, ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen, weil wenn ich jetzt hier eine Karte hinlege mit so einem gelben Ende, ich habe jetzt gerade keine auf der Hand, würde ich quasi Mellis Weg schließen und dadurch ihr den Punkt geben. Ich könnte jetzt natürlich auch versuchen, das hier so zu machen und die Wege so ein bisschen fieser zu machen. Das ist aber irgendwie auch nicht die idealste Geschichte. Ich darf Karten legen und ausprobieren, aber wenn ich sie einmal gelegt habe, darf ich sie nicht mehr verändern. Ich mache das Ganze so, weil ihr seht schon, jetzt habe ich hier einen halb geschlossenen Weg, sobald ich hier schließe, habe ich hier wieder was bekommen. Eine Karte nachziehen, Melli ist dran. Ja, Angelo hat mir jetzt ein wunderbares Beispiel gegeben. Natürlich kann ich es nicht ganz zumachen, aber schon mal einen Teil zumachen. Ihr seht, hier ist das Ende von dem Weg, hier geht der Weg entlang, hier kommt eine Kreuzung, das heißt, es biegt hier ab, aber ich habe jetzt hier taktisch schon mal zugemacht und dieser Weg hat momentan zwei Hütten und nur einen Ausgang. Eventuell habe ich Glück und Angelo verschlimmert die Situation nicht noch mehr. Was ich euch noch zeigen möchte, ist, es gibt auch noch so Tunnel oder eben Brücken, das ist das hier, das ist ja kein gemeinsamer Weg wie diese Kreuzung, sondern es sind getrennte Wege. Ich spiele ihn jetzt einfach mal ohne lang nachzudenken, nee, ich denke doch ein bisschen nach und spiele ihn hier hin, weil damit hätte ich dann wieder was geschlossen und ich darf hier einen Stein drauflegen. Wir machen jetzt natürlich jetzt hier ein ganz schnelles Beispiel, normal könnt ihr hier versuchen, natürlich größere Gebiete zu machen und dann, indem ihr etwas schließt, mehrere Hütten gleichzeitig zu befüllen, um eure Chips loszubekommen. Ich würde sagen, Melli macht noch einen Zug und dann geht es schon zum Fazit, oder? Jawohl. Also. Ich mache es jetzt einfach so, ich habe mir das ja schön vorbereitet, Angelo hat vorher nicht aufgepasst, nicht zugehört. Jetzt habe ich hier diesen schönen Weg zugemacht, habe hier zwei Hütten und darf dann somit gleich zwei meiner Hütten beziehen. Genau, ich darf hier noch nichts drauflegen und hier auch nicht, weil es hier noch offen ist. Ja, ich denke, ihr habt jetzt alles gesehen, wie das Spiel funktioniert. Was wir davon halten, erzählen wir euch jetzt in einem Fazit. So, ihr habt gesehen, Fairy Trails ist super einfach gespielt. Es hat ganz einfach einen Legemechanismus. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein reines Zwei-Personen-Spiel. Es wirkt vielleicht am Anfang ein bisschen unübersichtlich, was diese Strecken angeht. Also, wenn da hier so ein paar Sachen liegen und viele Sachen offen sind, dann müsst ihr schon das eine oder andere Mal so die Felder nachziehen. Aber das ist nachher auch der Reiz in dem Spiel, dass man eben hier versucht, clever seine Wege so zu legen, dass man halt mit einem letzten Zug quasi das ganze Ding schließt und dann halt 5, 6, 7, 8, 9 seiner Chips los wird, um eben vielleicht damit schon den Sieg einzufahren. Genau. Und das ist auch ein wenig das Verzwickte, weil immer, wenn der Gegner auch Karten spielt, muss man natürlich nicht nur seine Wege ein bisschen abgehen, sondern auch seine eigenen Wege, sondern auch die vom Gegner. Und vielleicht kann es dann sogar passieren, dass der Gegner nicht aufgepasst hat und er dann doch ein Streckennetz irgendwie geschlossen hat. Und dann dürft ihr in eurem Zug dann auch wieder eure Hütten entsprechend platzieren. Deswegen, ihr müsst da immer ein bisschen aufpassen, wobei wir es auch schon beim Spielen eben so gemacht haben. Wenn ich es dann schon gesehen habe, habe ich mir so einen kleinen Hinweis gegeben, du Elfe, guck mal hier deine Hütten. Also jetzt werden sie dann bezugsfertig, der Bauleiter hat sie freigegeben. Finde ich gut. Da bin ich jetzt auch nicht ganz so päb, muss ich sagen. Aber es ist wirklich, es ist zwar kein Puzzle-Mechanismus, aber ich finde es richtig toll, wie sich so diese Wege entlangschlängeln. Es kommt natürlich immer drauf an, welche Karten man nachzieht. Manchmal hat man vielleicht Pech, hat immer nur so große Strecken, keine Enden, wo man wirklich was zumachen kann. Wir hatten es auch schon, dass ich dann wirklich, ich weiß nicht, ein Riesengebiet hatte, aber überall waren noch Öffnungen da und ich habe überhaupt nichts zu bekommen. Angela hat hier schon seine Bauhausungen bezogen und ich dann aber zum Schluss einfach mal sieben auf einen Schlag. Und das ist halt... Du wirst ja auch ein Zwerg, sieben auf einen Schlag. Genau. Und das ist halt einfach diese Taktik. Manchmal ist es sinnvoll, vielleicht kleine Wegabschnitte zuzumachen und immer wieder Hütchen zu platzieren. Manchmal kann es aber auch taktisch sein, wirklich ein großes Netz zu haben und auf einen Schlag ganz viele zu platzieren. Also viele Wege führen hier nach Fairy Trails. Und meine Taktik ist es ja immer, bei Mellis Wegen irgendwie noch mehr Kreuzungen einzubauen, dass sie ganz viele offene Wege hat. Es funktioniert aber gar nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Denn Mellie macht mich hier meistens fertig. Fairy Trails, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Familienspiel. Aber durch diese etwas unübersichtliche Gestaltung, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall nicht super geeignet für ganz wenig Spieler, weil die, denke ich, am Anfang so ein bisschen überfordert sein werden, um diese Strecken nachzuvollziehen oder nachzuverfolgen. Und ich glaube, das ist auch der größte Kritikpunkt, den wir an dem Spiel haben. Der ist nicht ausschlaggebend, aber es ist ein bisschen tricky hier zu wissen, was ist offen, wann ist was nicht offen. Aber nach dem zweiten, dritten, vierten Mal spielen habt ihr das raus. Und dann merkt ihr auch wirklich, wie viel Taktik hinter diesem kleinen Spiel steckt, wie ihr die Wege platziert. Entweder ihr macht dem Gegner irgendwas Schlechtes oder ihr guckt, dass ihr das so platziert, dass ihr eure Hütten in die Wege des Gegners baut. Sobald er schließt, kriegt ihr quasi mit einen Bonus und dürft auch was machen. Also Fairy Trails bietet schon viel als kurzweilige Abendsunterhaltung. Es ist halt mehr ein Absacker als jetzt ein großes Spiel, was ihr vielleicht sagt, komm, das spielen wir mal am Samstagabend. Aber für so zwischendrin hat es uns gut gefallen. Genau, für so zwischendrin, wenn man einfach mal wirklich fertig ist, sagt, ich möchte jetzt doch noch was Kleines spielen. Ich möchte vielleicht auch noch mal die grauen Gehirnzeilen anschubsen noch mal zum Abend und es ausklingen lassen. Da ist Fairy Trails wirklich schön. Und ich finde es schön, dass ich endlich mal Zwerg sein durfte. Und Angelo hat direkt die Elfen genommen. Ich finde es auch super, dass ich Lila sein darf. Ja, weil Melli ist immer gelb und Melli mag auch Zwerg. Deswegen war es für mich klar, muss ich Elf und Dings spielen. Ich bin halt Dunkelelf, wie man das von Warhammer kennt. Ein rosa Dunkelelf, wunderschön. Ein lila Dunkelelf. Oh ja. Ja gut, das war es von uns zu Fairy Trails. Uns hat es gut gefallen, wenn ihr so einen kleinen Absacker mit Puzzle-Weg-Building mögt und vielleicht auch die Mechanik von Uwe Rosenberg ganz gut findet. Hier findet ihr die eine oder andere Sache wieder. Schaut euch das auf jeden Fall an. Es ist wirklich ein tolles, kleines Spiel, so für zwischendrin. Ein Absacker, wie man so schön sagt. Das war es von hier. Der Absacker ist zu Ende. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst uns gerne ein Like, ein Abo und auch ein Kommentar da. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.